Ich glaube, wenn man heute ein bisschen nur an Krypto investiert, werden unsere Kinder in 10 Jahren mehr davon haben, als von einem Bausparvertrag oder sonstiges. Findest du das nicht auch? Oh mein Gott, ja. Leute, wisst ihr, wie weh das tut, wenn meine Mutter mir sagt, dass sie ein, wie heißt das, Sparbuch bei der Sparkasse eröffnen möchte? Ich habe sie anguckt, ich so, Mama, was willst du machen? Ja, einfach nur, dass da ein bisschen Prozent, bitte, bitte Mama, bitte erzähl das niemandem, bitte erzähl das niemandem, mach das bitte nicht. So Gott will, verdiene ich nicht schlecht, du musst dir keine Sorgen über die Zukunft machen. Ich habe gesagt, nimm das Geld, gib es einfach aus. Es ist besser angelegt, als es irgendwo in einem Sparbuch für irgendeine Bank zu legen, die damit auch noch arbeitet, sich mehrere Prozente verdient und dir so ein kleines Stückchen davon gibt. Ich so, genieß dein Leben. Ich so, mach den Urlaub, kauf dir was Schönes davon. Ich bin zu einem Millionen Prozent bei dir, mein Lieber, zu einem Millionen Prozent bei dir. Wenn man in die richtigen Projekte rein investiert hat, dann wird man seinen Kindern in 10 Jahren zigmal Schöneres angetan haben, als wenn man da irgendeinen Bausparvertrag gemacht hat. Wenn ich jetzt aus meinem Wissensstand, wo ich jetzt bin, mir diese ganzen Finanzprodukte angucke, dann sehe ich erst, wie sie mit der Naivität von einigen Menschen einfach arbeiten. Dieses falsche Vertrauen, was Menschen in den Bankwesen haben und glauben, oh ja, die sind doch ganz gut, das sind die Guten. Das ist schrecklich aus meiner Perspektive. Das ist so, so schrecklich. Aber ja, ich bin zu einem Millionen Prozent bei dir, mein Lieber, zu einem Millionen Prozent bei dir. In jeder unserer Videobeschreibung unten findet ihr einen Link zu BitWavo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei. Gebührenfrei.